So, mal die Patentiere in einem Gruppenvideo von dem Gehege mit Mango. Hier ist Mango. Der ist so schön. Dann haben wir hier Speedy. Speedy mit Küken. Das teilen sich aber, ehrlich gesagt, hier ist die Flöte. Ja, Flöte und Speedy teilen sich eigentlich das Küken, aber Flöte will weiterbrüten und Speedy kümmert sich. Dann haben wir Dumbledore. Untertitelung des ZDF, 2020